Ich fahre an die Klappe und die Klappe war, glaube ich, erst mal die Hüfte, die ich da in die Hüte reingefasst hab, aber irgendwie faul. Das ist ja auch schon von der Backe her, wo ich den abgebrocht hab, wo man ja erst mit der Hälfte geklappt hat. Ja, da kann ich dann halt nicht auf die Hüfte fahren. Ich fahre an die Hüfte. Schau mal, ob es die gute Sonne hat. Leider zählt nur zu verflachen. Ich werde wegen der flächeren Vorzeiten. Nicht mit der Vorstelle einpacken. Das ist auch ein Hornpackungshof. Da gibt's auch viel an der Mittelmeerkrust. Auch in der Frankfurt. Ich fahre mit dem Kaktus dran. Das ist für ein Darm-TB. Und das ist auch schon so. Ja, vielleicht ist man ganz schön weit weg. Und das ist für ein Darm-Tabler. Das ist für ein Darm-Tabler. Ich fahre mit dem Kaktus. Na ja, jetzt ist es auch nicht gut. Der ordentlich ist. So. Das sieht aus, wie diese größten Mühe da, wo es ordentlich drauf werden, hier sind wir hier. Ich mag da jetzt im Prinzip, also was wir bisher gesehen haben hier, auch echt eine Nummer besser als, oder eine Nummer entwickelter als in Italien. Ja, das muss man ganz gut verbrauchen. Ausnahm, gestecklichen Mühe, Regeln oder so. Das ist vorhin ein bisschen besser, wenn wir flassen. Ich entfalziere das, was wir bisher gesehen haben. Ach, jetzt fällt der Blick auf. Ja, das war ja wohl. Ja, das war ja wohl. Gut Fahrt, ich war sehr freundlich. Das ist alles anführungslos zu bringen. Der E-552. Ein Fettkrieg, das kann man machen aber nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Taldehütung ist besonders schön, da zeichnet sich ja auch so die Kompetenzen aus. Und wir haben es zum Beispiel noch nicht mal zustande bekommen, um einen Stromverbot zwischen dezidieren und digitalen Gekehr zu stellen. Wir haben versucht, so eine Kabel für eine Formleitung zu bauen. Wir haben wirklich nicht weiter so viel Zeit zu verbrauchen. Aber das war so ein Zopf übergesprochen. Wir haben das Zeichen lassen. Aber die Idee, wo er den bis auf den Saal gezählt hat, und der hat da auch nicht mal herrscht. Also so, komplett hingekommen mit dem Fan. Aber das Porsche ist ja gar nicht so viel geplant. Ich meine, das ist auch ein bisschen schwierig. In Frankreich gibt es uns dann auch in Deutschland. Deutschland ist ja auch ein bisschen besser. Aber das liegt auch nur daran, weil ich das besser kenne, weil ich in Deutschland fahre. Und die Interna noch besser sehe. Hier kann ich dann nur auf die Oberfläche gucken. Häufig ist mal sehr, wie hat er da gefühlt, und das hier reingeheckt. Und was so gut aus ist, aber was dahinter steckt, mit welchen Mitteln, und woher verschuldet ist, und machen wir es mal so, was weiß ich nicht. Wir machen eine schöne Reise-Konversation. Und wir haben es ja immer gesehen an den Postreitesträten überall. Und jeglicher Passant kann so sagen, alle Leute haben irgendwie ein Gernelefon. Oder Smartphone, ja. Und wir brauchen Inhalte. Wir brauchen einfach Inhalte, die so gut angucken können. Und diese Inhalte werden wir nicht sagen. Wir können sich zum Beispiel die Leute aus dem Studium, die dann halt gucken, was in Hamburg ist das. Und für die Verlieferung ich habe schon. Und andersrum können die Hamburger sich halt gucken, was mit dem Studium passiert. Oder auch die Reisemöglichkeiten der Afrikaner für Fahrrad, die dann auch mit denen. Und die Fahrtabiner, die sich dann mit dem Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad fahren. Alles das haben wir gesehen. Dann haben wir die Tageslöner gesehen, die sich aus Schwarz-Afrika in Italien anbieten. Und so weiter. Das ganze Programm. Ja. Die Entwicklungskompetenz. Und dann haben wir die Politik. Ja, die Kompetenz. Das ganze Straßentechnik. Und das Fahrrad, was auch letztendlich mit meinem Umfall geführt hat bei mir. Allerdings muss ich dann noch glauben, dass das wäre, wenn ich gerade nicht den Abgang von der Fahrrad wollte. Dann noch eine Leitplanke war und die Leitplanke mit der Kurve Fahrrad hatte. Und die Fähre, als wir sehen. Auch wenn es nicht mehr und dann zu 1 oder möglicherweise oder zu fort. Also 2. Und bis hier ist er noch da. Ich denke, das wäre ich nicht mehr mit dem Fahrrad oder die Fähre. Ich denke, das ist nicht mehr mit dem Fahrrad. Da kam es dann. In Italien kam es dann. Und bei Dörr. Da sind wir ordentlich gefahren. Regen. Sehr starker Regen. Überschwemmung. 1. 2 2 2 2 2 2 3 2 Gramen Quarter Was ist das? Jetzt, bis jetzt von morgen, ist es alles von Panik für die Gegner und dann ist es natürlich nicht so schön die Spälder und die Spälder und dann auch noch kaum Das ist aber alles jetzt noch mal Das ist ja die normale Straße, die jeder anbaut ist, wenn ich fährt, aufwärts. Und das macht ja auch Sinn aus, was uns sagen, anstatt irgendwelchen Fällen mit dem hier Ich habe eine Programmierung, die auf höchste Strecke ausgedehnt ist. Das reicht normalerweise auch keine 20 Jahre, um das einfach geäxte zu berechnen. Und da ist es im Weltraum, wo wir den Ort aus dem Gruppersee sehen. Und da ist ein 2. Schüri 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 das ist das ist das ist das müssen wir auch nicht strecken das ist die Opfer Centro Kappa Prokurrenz ist groß die aus Karten bis Ich war es Aber das ist das ist Körn 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 Es ist ein Wettbewerb. Bisschen kürzer da. Jetzt haben wir es doch wieder so einen Abkürz. Ein Karotnet. Probieren wir das hier bei groß. Jetzt haben wir es doch so. Das war ein Karotnet. Ja. Ja, das ist so gut. Ich habe es nicht mehr. 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 Ich kann nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Drone à gauche, chemin du Charrette-Brette, auswit, tournée droite. Drone à gauche. ... ... ... ... ... Vielen Dank.